Diese Aufgabe stammt anscheinend aus einer Harvard-Aufnahmeprüfung und es konnten nur wenige lösen. Dabei könntest du es hier ganz leicht mit Einsetzungs- oder Gleichsetzungsverfahren lösen. Gesucht ist, was A und B ist. Das heißt, wir stellen die zweite Zeile jetzt einfach mal nach A um, den wir plus B rechnen. Dann halten wir doch A ist gleich 40 plus B. So, das kannst du jetzt in die erste Zeile einsetzen, weil du weißt ja theoretisch, was A ist. Also setzen wir für A 40 plus B ein, deswegen auch Einsetzungsverfahren. Plus B ist gleich 60. Naja, das sind doch 2B, oder? 40 plus 2B ist gleich 60 und das stellen wir jetzt noch nach B um. Wir rechnen also erstmal minus 40, dann haben wir 2B ist 20. Jetzt kannst du noch doch 2 teilen und B ist dann 10. So, wenn du jetzt noch A willst, setzt du es einfach hier ein und A ist dann 40 plus 10, macht also 50. Das war Mimi mit Nick.